Die Energiewende in Deutschland schreitet fort. Bereits über 40% des Stroms kommt aus erneuerbaren Quellen. Doch das Ziel ist es, diese Zahl noch deutlich weiter zu steigern. Neben PV- und Windkraftanlagen sind dafür aufgrund der volatilen Einspeisung Speicher notwendig. Doch wie viel Speicherkapazität und Leistung benötigen wir eigentlich in Deutschland und ist das mit bestehenden oder bis dahin entwickelten Technologien möglich? Diese Fragen klären wir im Video, also bleibt dran. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Ingenieurskunst. Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien, die sich mit der Speicherfrage für Deutschland oder andere Länder auseinandersetzen. Gleichzeitig gibt es in der Öffentlichkeit viele Meinungen, die oft auf extrem vereinfachten oder falschen Beispielberechnungen beruhen, wie zum Beispiel Wochen von Dunkelflaute in Deutschland multipliziert mit dem größten Verbrauch ergibt den maximalen Speicherbedarf. Daher wollen wir uns zunächst anschauen, wie solche Studien durchgeführt werden. Zur Analyse des Speicherbedarfs werden dabei Zeitreihen Daten aus der Vergangenheit von PV- und Windeinspeisung, dem gesamten Verbrauch sowie anderen Einspeisern genutzt. Diese Daten werden in der Regel für mindestens ein gesamtes Jahr, häufig auch mehrere Jahre betrachtet. Um den Anteil erneuerbarer Erzeugung in der Studie steigern zu können, wird die PV- und Windeinspeisung dann skaliert, also die Leistung zu jedem Zeitpunkt mit einem Faktor größer 1 multipliziert. Auf Basis all dieser Daten und der zusätzlichen Informationen über flexible Erzeugung und eventuell flexiblen Verbrauch kann dann ermittelt werden, wie viel Speicher benötigt wird, damit der Verbrauch zu jedem Zeitpunkt gedeckt werden kann. In der Regel wird dabei analysiert, wie viel Speicherkapazität, also wie viel Energie, gespeichert werden muss und wie viel Leistung die Speicher benötigen. Also einfach gesagt, wie schnell die Energie gespeichert oder aus dem Speicher entnommen wird. Teilweise wird auch noch die Speicherdauer, also wie lang die Energie gespeichert werden muss, genauer analysiert. Eine Studie, die sowohl in der Wissenschaft als auch in den Medien hohe Wellen geschlagen hat, wurde 2017 von Hans-Werner Sinn, einem Wirtschaftswissenschaftler, veröffentlicht. In dieser Studie wurden jedoch lediglich zwei Extremszenarien für bis zu 100% erneuerbare Erzeugung betrachtet. Auf der einen Seite wird berechnet, wie viel PV- und Windausbau notwendig wären, um ohne Speicher Deutschland dauerhaft zu versorgen. Der kleinste PV- und Windeinteil über das betrachtete Jahr 2014 gibt so den notwendigen Ausbau an. So bräuchte man natürlich sehr starken und unrealistischen Ausbau und würde durch Abregeln der erneuerbaren Erzeugeranlagen in den restlichen Zeiträumen insgesamt 61% der erzeugten Energie verlieren. Im zweiten Fall wird das genaue Gegenteil betrachtet. Alle Erzeugungsspitzen von PV und Wind werden gespeichert und nichts abgeregelt. So werden natürlich sehr große Speicherkapazitäten und Leistungen notwendig. Bei etwa 90% Wind- und PV-Anteil der gesamten Erzeugung, der Rest ist Wasserkraft und Biomasse, benötigt man so 16 Terawattstunden Speicherkapazität, also das 400-fache der aktuellen Pumpspeicher in Deutschland. So sind die Berechnungen in der Studie für die beiden Extremfälle zwar richtig, aber die Schlussfolgerung von Herrn Sinn für eine benötigte Speichergröße in Deutschland doch eher Unsinn. Dass diese beiden Extremfälle weit entfernt vom ökonomischen Optimum sind, zeigt die zweite Studie auf, die auch Bezug auf die Studie von Herrn Sinn nimmt und in der wissenschaftlichen Welt eine der meist zitierten Studien in diesem Bereich ist. In dieser Studie, die in den Quellen in der Videobeschreibung natürlich verlinkt ist, werden die Daten der Jahre 2012 bis 2016 betrachtet. Auf Basis dieser Daten wird das ökonomische Optimum aus Speichergröße, Speicherleistung und Abregelung von Erzeugungsspitzen und langen Zeiträumen mit Überschüssen berechnet. Dabei wird der PV- und Windanteil von 25 bis 90% in 5% Schritten gesteigert. Insgesamt erhält die Studie so extrem viele Daten, von denen ich hier nur ein paar spannende Punkte kurz zusammenfassen will. Für mehr empfehle ich einen Blick in die Studie. Der Speicherbedarf beispielsweise für 50% volatile erneuerbare Erzeugung ist rund zwei Zehnerpotenzen geringer als in der Sinn-Studie. So könnte dieser Anteil bereits mit den bestehenden Pumpspeichern in Deutschland erreicht werden, bei etwas mehr als 4% Abregelung von Erneuerbaren. Bei 90% Wind- und PV-Anteil, also komplett erneuerbare Erzeugung, da die restlichen 10% aus nicht-volatilen Erneuerbaren kommen, benötigt man etwa 1,1 Terawattstunden Speicherkapazität. In einem weiteren Szenario werden zusätzliche flexible Power-to-X-Verbraucher mit einer Leistung von 50 Gigawatt und einem Jahresverbrauch von 100 Terawattstunden hinzugefügt, die beispielsweise den Umstieg auf Elektromobilität beschreiben könnten. Unter Einbezug dieser flexiblen Sektorenkopplung wird der Speicherbedarf insbesondere in der Übergangsphase zu komplett erneuerbarer Versorgung deutlich geringer. Für 50% PV- und Windenergie benötigt man nur etwa 5 Gigawattstunden Speicher und die Abregelung von Erneuerbaren verringert sich auf etwa 1%. Der Speicherbedarf steigt anfangs nicht so stark an und nimmt mit steigendem volatilen Anteil dann aber mehr zu. Bei komplett erneuerbarer Erzeugung benötigt man ebenfalls nur 1,1 Terawattstunden Speicherkapazität trotz größerem Gesamtverbrauch und knapp 6% der Erzeugung werden abgeregelt. Insgesamt kommt die Studie so zu dem Schluss, dass Speicher schon mit bekannten Speichertechnologien keinesfalls ein Problem für die Energiewende darstellen. Was für euch auch kein Problem darstellen sollte, diesen Kanal aber sehr unterstützen würde, ist jetzt den Like-Button zu drücken. Zum gleichen Schluss kommen auch zahlreiche andere Studien. Neben den bisher schon genannten Abhängigkeiten der optimalen Speichergrößen gibt es noch einige andere, die einen großen Einfluss haben und je nach Studie teilweise variiert werden. Bei der Skalierung der PV- und Windeinspeisung ist in den bisher vorgestellten Studien davon ausgegangen worden, dass sich diese gleich weiterentwickeln. Insgesamt ergänzen sich diese beiden Einspeiser sehr gut, da im Sommer deutlich mehr Sonne scheint und im Winter mehr Wind weht. Sollte sich jedoch beispielsweise durch die geringere Akzeptanz von Windkraft in der Bevölkerung der PV-Anteil mehr erhöhen als der Windkraftanteil, werden mehr Langzeitspeicher für den saisonalen Ausgleich benötigt. Auch die Nutzung von potenziellen Flexibilitäten wie Power-to-X, aber auch Biogasanlagen oder Wasserkraft, die aktuell Konstantstrom liefern, aber technisch in der Lage sind, auch variabel eingesetzt zu werden, können die notwendige Speicherkapazität verringern. Flexible Lasten, beispielsweise beim Laden von E-Fahrzeugen und variablen Verbraucherstrompreise, bieten hier ebenfalls großes Potenzial. Zudem spielt auch die Entwicklung des Stromverbrauchs in Zukunft, beispielsweise durch Sektorenkopplungen und Effizienzsteigerungen, eine große Rolle. Eine groß angelegte Fraunhofer-Studie, die den Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2045 in unterschiedlichen Szenarien betrachtet, kommt je nach Szenario auf Werte zwischen 377 Gigawattstunden, im Szenario mit etwa doppelt so viel PV wie Windkraft bezogen auf die installierte Leistung und 900 Gigawattstunden bei etwa siebenmal so viel PV wie Windleistung. Die Speicherkapazität bezieht sich auf Pump- und Batteriespeicher. Zusätzlich werden Elektrolyseure mit Leistung zwischen 40 und 160 Gigawatt und Kraftwerke, die Wasserstoff oder synthetisches Gas wieder in elektrische Energie umwandeln, mit zwischen 130 und 150 Gigawatt benötigt. Bei synthetischem Gas ist die Speicherkapazität ein geringeres Thema, da Deutschland bereits sehr große Gasspeicher besitzt und hier eher die installierte Leistung der Elektrolyseure und Kraftwerke zu Kosten führt, als die Kapazität der Speicher. Diese Studie geht davon aus, dass ein Teil der in Deutschland benötigten erneuerbaren Energie importiert wird. Dieser ist jedoch deutlich geringer als die heutigen Energieimporte. In Quelle 2 sind noch zahlreiche weitere Studien zusammengefasst, die auf Speicherkapazitäten zwischen 0,03 und 1% des gesamten Jahresverbrauchs kommen, also bei aktuellem Verbrauch zwischen 0,15 und 5 Terawattstunden oder entsprechend mehr bei steigendem Verbrauch, wobei die 1%-Studie auch hier ein deutlicher Ausreißer nach oben ist und davon ausgeht, dass kein Übertragungsnetzausbau stattfindet. Schauen wir uns im Folgenden den aktuellen Stand in Deutschland an. Im Jahr 2021 waren 42,4% der ins Stromnetz eingespeisten Energie aus Erneuerbaren. PV und Windkraft liegen bei 30,2% der gesamten Energie. Die aktuelle Speicherkapazität in Deutschland sieht wie folgt aus. Es gibt Pumpspeicherkraftwerke mit einer Kapazität von 37,4 Gigawattstunden bei einer Leistung von etwa 6 Gigawatt. Wir haben etwa 4,5 Gigawattstunden Batteriespeicher, die sich vor allem im privaten Besitz befinden und zur Eigenverbrauchssteigerung genutzt werden. Zusätzlich haben wir schon etwa 40 Gigawattstunden Batterien in Elektroautos Stand 2021, wobei davon allein im Jahr 2021 22,5 Gigawattstunden zugelassen wurden. Diese werden bisher aber gar nicht genutzt, um das Netz zu stabilisieren, da die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland fehlen und viele Hersteller von Elektroautos diese Möglichkeit noch nicht umgesetzt haben. Wir haben schon heute sehr große Gasspeicher in Deutschland, die etwa 228,2 Terawattstunden Energie in Form von Methan speichern können. Kommen wir zum Fazit. Wir haben bereits ein gewisses Speicherpotenzial, das für die aktuelle Situation und auch noch eine gewisse Steigerung des erneuerbaren Anteils ausreicht. Insgesamt benötigen wir deutlich weniger Speicher, als häufig behauptet wird, wie beispielsweise in der medienwirksamen Studie von Hans-Werner Sinn. Diese Studie ist in der wissenschaftlichen Welt mehrfach und deutlich widerlegt worden, wodurch er in der Fachwelt auch schon mal Hans-Werner Unsinn genannt wird. Die Technologien, insbesondere für Kurzzeitspeicherung, sind bereits vorhanden und mit Power-to-Gas auch für Langzeitspeicherung in der Pipeline. Die Zunahme der benötigten Speicher über den erneuerbaren Energieanteil ist dabei nicht linear, sondern nimmt vor allem am Ende Richtung 100% deutlich zu. Dadurch gibt es für den größten Anteil an benötigten Speichern auch noch ein paar Jahre Zeit für die Technologien, um ressourceneffizienter und günstiger zu werden. Für den ökonomischen und netzdienlichen Einsatz von Speichern für die Zukunft sind vor allem auch neue Regularien wichtig. Hier zeigt die DENA Netzflex-Studie aktuelle Probleme in Deutschland auf und gibt Handlungsempfehlungen für die Zukunft, zum Beispiel die Schaffung eines Marktes für Speichereinsatz. Dazu wären variable Preise notwendig, um in Situationen mit zu viel Strom günstig einzuspeichern und in Situationen mit zu wenig Strom wieder Strom aus dem Speicher ins Netz einzuspeisen. Dies ist speziell auf kleiner und privater Ebene bisher gar nicht möglich. Es werden dynamische Netzentgelte vorgeschlagen, die für netzstützenden Bezug oder Einspeisung geringer sind. Speicher, die heute netzdienlich eingesetzt werden, zahlen sogar teilweise doppelte Netzentgelte beim Netzbezug und der Einspeisung. Zudem sollten Umlagen angepasst werden, da die aktuelle Situation vor allem zur Maximierung des Eigenverbrauchs durch Speicher führt. Wenn aber beispielsweise direkt in der Nachbarschaft gerade viel Strom benötigt wird, ist dies aus systemischer Sicht häufig gar nicht sinnvoll. Werden die Gesetze und Regularien entsprechend angepasst, steht aus Speichersicht der Energiewende also nichts im Wege. Wenn ihr jetzt noch etwas mehr über Speichertechnologien für die Energiewende erfahren wollt, schaut euch dieses Video an und abonniert den Kanal, um keine weiteren Energiewende-Videos zu verpassen.